Der Klasse ist ein R-Klasse. Der Klasse ist ein R-Klasse. Oh, was geht da? Oh, das geht da. Nagelneue R-Klasse. R-Klasse? R-Gold. Durch Düsseldorf fahren, ich glaube ich träume. War ich nicht gerade am Strand oder? Nein, ist alles gut. Morgen Johnny! Ich bin's Karim, Junge, wo bist du? Du hängst hier am Strand, legst hier rum, guckst dir den nackten Herrsch an. Hör mal, wir müssen die Sendung zu Ende drehen, Bruder. Ich denk hier auch, na, was für läuft, Junge, wir müssen das hier jetzt langsam mal alles in die Wege leiten. Ich bin im Urlaub, ich kann deine Autosendung nicht machen. Was für ein Urlaub, Junge, ich hab dir den nagelneuen Golf geschenkt. Bruder, Golf 6, GTD, was redest du? Ich steh auf! Über den großen Tag Der Klasse ist der Modler. Der Klasse ist der Modler. Der Klasse ist der Modler. Guckst du auch mal kehren? Sagst du besser ja? Cool ist der, cool ist der, nicht nur, wie bringt ihr jetzt? Ja, das ist hier wirklich. Ich fahre jetzt nach Frankfurt, hole den R8, fahre an den R8 runter und dann komme ich mit dem Scaletti und dann muss ich morgen direkt den Scaletti zurückbringen. Mahlzeit! Ja. So schmeckt direkt besser. Komm! Essen in Afghanistan! Alles klar! Authentisch! Am besten wird das laufen so zwischen Formel 1, so da wo früher die Autohändler waren. Die Fake Autohändler machen wir jetzt die original, die echten Autohändler. Wie heißt die Sendung? Haben wir uns doch keinen Namen überlegt. Ich würde sagen, der Mangler. Der? Der Mangler. Du mangelst, du bist einer der mangelt. Der nimmt dich durch den Mangel. Ja, der Mangler ist gut. Der Mangler ist gut. Der Mangler? Ja. Guckst du auch mal Kehren? Sagst du besser ja? Kohle der Briten ist da, ich weiß ja. Ach so, wir gucken mal mal so. Hahahaha! Machen wir Hose von uns. Hahahaha! Hast du kein Voto? Hier ist die Kamera. Also egal. Wo geht mit dem Essen? Hier! So, jetzt hab ich das Geld hier. Jetzt müssen die 13 Mille geben. Parasta, let's go! 100, 2, 3, 4, 5, fix! Das ist der andere Vorgang. 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 C-220. Hier steht's ganz groß drauf. 7G-Tourneck. Armee-Sportparking. Die Preise von den gebrauchten Bästen hier. Ja, aber Herr Doktor Eidli, hier verwechseln Sie was. Das ist 2013 Erstzulassung. Sie haben 2009 Zulassung. Aber 30.000, du hast zugelassen. Nur 30.000. 30.000 Kilometer gelaufen. Ja, das ist richtig. Aber Erstzulassung ist ja sehr wichtig. Gucken Sie mal hier, hat der nur 3.000. Mein Vorgang ist in Euro. Brauchst gar nicht 10, ne? Das sind 10.000, ja. Anbien. Zaman. 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 Okay, Bruder. Ich danke dir vielmals. Ich hab dich lieb. You are the best. Hau rein, hau rein. Tschö. Hallo. Da kommen wieder Kunden, Fragen nach, was es kostet. Ersatzteile bestellen. 200 Euro. Ja? Nein, ich hab nur... Ich hab einen anderen Schangerfee genommen. Aber jeden Tag ist immer hier, sagen wir mal, extra. Ja, dann. Wenn er mich noch besser kennen will, sammelst du deine Leute. Diese Leute gehen wir einen Abend, der es 1.000 Euro ausgeben. Ich gebe gerne aus. Für mich kein Problem. Warte, ich kenn nicht sehr gut aus. Ja, klar. Alessia Dabi. Erstmal eine Chai. Jetzt haben wir Autos verkauft. Komm rein. Ja, wir gehen gleich alle zusammen. Ich muss auch noch. Ab, der ist wieder Stress. Ach, was soll ich denn sagen? Ja, merkst du, die machen alle auf He-Man. Aber zu Hause hat dann letztendlich doch die Frau die Hosen an. Guck mal hier, der Kollege Hassan, der Frau, wie nervös der heute kam. Ah, meine Frau, meine Frau, meine Frau hat schon gesagt, Polizei, Polizei, Polizei. Ah! Da warst du nicht mehr der He-Man. Die Frauen einmal anfangen, den Drachen rauszulassen, ne? Zu Hause kommt die Wahrheit raus, wo es man hat. Zu Hause? Wie hat denn jetzt die Hosen an hier, Monsieur Hassan? Das ist eine Frau, nicht wahr! Die Frau. Eine Frau, were? Techere. Ja, alles klar, unten. Haha, die Frau, WAS CHELLING? Das war glaube ich gut. Ach, es mattress knocksack. Da war es ein Madem calmer. Gerлам-G해야 eine Pause. Die Frau, waartet женщiner, das Pelosi, die blinden zu spielen.